Die ehemalige Bachelard-Kandidatin und Ex von Jimmy Bro Ochsenknecht bekommt eine neue Chance für die Liebe. Jetzt steht der Starttermin für ihre eigene Datingshow Make Love – Fake Love fest. Bereits vor einiger Zeit verkündete Jelitz Koch, dass sie bald eine eigene Datingshow bekommt, jetzt steht endlich der Starttermin fest. Bei Make Love – Fake Love zieht die ehemalige Bachelor-Kandidatin mit zehn Männern in einer Villa auf Mallorca. Der einzige Haken dabei, nicht alle Männer sind Single. Manche Männer spielen den Single-Status nur vor, in der Hoffnung, eine Siegprämie von 50.000 Euro für sich und ihre Partnerin zu gewinnen. Mit ihren Freundinnen ist das Ganze nämlich abgeklärt. Jelitz' Aufgabe besteht darin, herauszufinden, welcher Mann es ernst mit ihr meint. Wie RTL jetzt ankündigte, geht die Datingshow rund um die Ex von Jimmy Bro Ochsenknecht schon bald los. Ab dem 29. Dezember erscheint wöchentlich eine Folge von Make Love – Fake Love auf RTL Plus. Moderiert wird die Show von Janine Ullmann.